Ich sag Ihnen eins, ich hab Ihnen ja eine große Überraschung versprochen. Sie wissen ja, wir scheuen bei QVC keine Kosten und Mühen, immer alles möglich zu machen. Wir haben geschaut, einfach mal in der Welt rumgeschaut, wer sind denn eigentlich die besten Fernsehverkäufer? Und ganz klar haben wir gesagt, in Amerika sind die auf dem Vormarsch, die sind seit Jahren bekannt. Es sind Bob and Bob. Wir haben heute Bob and Bob bei QVC. Das war so ein großes Bedürfnis, die heute mal nach Deutschland zu holen, weil wir haben gesagt, wir wollen einmal gucken, wie machen Bob and Bob denn Bob? Warum die sind hier überhaupt so erfolgreich? Und ich würde sagen, Bob and Sob sind glaube ich schon bereit. Meine Damen und Herren, hier sind Bob and Bob. Sind wir schon dabei? Hallo, liebe Fernsehzuschauer, ich bin de Bob von The Amazing Products und mein Kollege hat ja gerade schon erzählt. The Bob and Bob sind erfolgreichste Verkaufsshow in de American Television. Und auch heute habe ich wieder ein super Produkt für Sie in de Angebot. Aber zunächst wollen wir mal den Mann hier vor de Kamera begrüßen, wo de ganze Produkte findet auf de ganze Welt. Hier kommt unser Produkte-Experte. Hier kommt de Bob. Hallo, Bob! Hallo, Bob! Hallo, Bob! Hallo, Bob! Ich weiß nicht, dass du da bist, Bob. Wie war der Flug? Oh, super, Bob. Super, 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 super. Bob kommt direkt aus Houston, Texas. Da muss man einmal sagen, de Bob ist de beste Produkte-Experte auf de ganze Welt. Ich mir meine ich de Honig um de Pinsel. Bob, 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 worum geht heute? Meine Damen und Herren, heute geht um The Douche. The Douche? The Douche. Bob, Bob, was soll das sein? The Douche. The Douche ist ein neuartiger Duschkopf. Bob, Bob, und Bob, Bob, ist da ein Bummerang? Och, ein Bummerang, Bob. Wir sind doch hier in de Deutschland, nicht in de Australien. Bob, wir haben doch hier nicht mal de Kangaroo. Ha, 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 ha. Wir haben nicht mal Kuala-Beeren. Bob, das ist ein völlig neuartiger Duschkopf, Bob. Bob, Bob, Bob. Bob, ich habe gedacht, Bob, bei de Dusche muss alles erfunden sein. Bob, du weißt, selbst de Menschheit duscht seit 5000 Jahren. Ich weiß, ich habe gelesen. In de Pyramide von de Tutankhamun haben sie damals schon ein Duschkopf gefunden. Bob, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe wirklich gedacht, bei Sache Duschkopf wäre alles schon erfunden, Bob. Bob, Bob, aber was ist de Besonderheit bei diesem Duschkopf? Erzähl der Leute doch endlich mal. Bob, de Form. De Form? De Form, de Boomerang-Form. Bob, Bob, jetzt sehe ich auch. Der hat wirklich eine außergewöhnliche Form, Bob. Bob in dieser Form gewirrleistet. Bob, dass de Dusche kannst, ohne dass de Haare nass würden. Dusche ohne nässe Haare? Unglaublich. Ich fasse nochmal auswendig zusammen, was de Bob gerade uns erzählt hat. Comfortable Dusche, ohne dass de Beide Haare nass werden. Mit de Duschkopfdusch kein Problem. Auf Schulterhöhe eingestellt, ermöglicht Ihnen de breite Wasservorhang ein angenehmes Wellnessdusche. Und de Haare bleiben trocken durch angenehme Wasservorhang, spritzt de Wasser nicht hoch. Das stimmt. Und Ihre Schultern werden gleichmässig nass und warm. Und de Produkt kostet nur 29,96 Euro. Und da habe sie net nur de Dusch. Nicht nur de Dusch. Nicht nur de Dusch. Nicht nur de beste Duschkopf von de ganzen Welt. Sondern da habe auch ein Handtuch und da können Sie sich sogar de Farbe aussuchen. Je nachdem wie zu Hause Ihre Duschkabine aussieht. Darüber hinaus bekommen Sie ein Druckwäschter. Was ist ein Druckwäschter, Bob? Ein Druckwäschter sorgt dafür, dass de Wasserdruck gleichbleibend stark auf de Dusch wirkt. Unglaublich. Überall in jedem Haushalt gleicher Druck, egal ob Sie im Keller wohnen oder im 13. Stand. Das stimmt. Bob, Bob, unglaublich. Aber jetzt habe ich eine Frage. Was für eine Frage hast du, Bob? Bob, Bob, Bob. Natürlich ist es super, wenn man mal ohne, dass de Haare nass wäre, richtig komfortabel duschen kann. Ich weiß, Bob. Verstehst du? Und de warme Wasservorhang. Aber, Bob, jetzt habe ich eine Frage. Wenn man doch mal de Haare waschen will, erzähl mir hier nicht de Papel de Papel. Was soll man denn machen? Muss man jedes Mal ein Installateur holen. Mehrere Male die Woche. Mehrere hundert Euro in de Woche für ein Installateur, wo einem der alte Duschkopf dann wieder drauf schreibt. Natürlich nicht. Natürlich nicht, Bob. Und dafür habe sich de Doucheleute de Powerboost-Button einfallen lassen. Der Powerboost-Button. Der Powerboost-Button. Du bringst mich an de Rande von de Burnout. Ich weiß, Bob. Wie funktioniert de Powerboost-Button? Beim Drücke von de Powerboost-Button wird von de seitliche Flügel de Wasser auf de zentrale Nobbe-Stelle zentriert, sodass de Wasser de ausreichende Waffeldrug hat, um de Shampoo aus de Haare zu entburnen. Bob, Bob, ich glaube, ich bin in ein Science-Fiction-Movie. Das gibt ja nicht. Unglaublich. Und dadurch, Sie können de Produkt jetzt bestellen, nutze so de einmalige Chance, de beste Duschkopf, wo de jemals gegeben hat in de ganze Welt. Und bitte, Bob, ich sehe hier, der hat aussergewöhnlich viel Nobbe. Bob, der hat de meiste Nobbe in de ganze Welt. Es ist de Duschkopf mit de meiste Wasserauslass-Nobbe. Unglaublich, Bob. Bob, wie viel Nobbe hat der? Wie viel Wasserauslass-Nobbe hat de Dusch? Bob, der Dusch hat mehr als hundert von der Auslass-Nobbe. Mehr als hundert Auslass-Nobbe. Mehr als hundertfünfzig. Mehr als hundert? Mehr als zweihundert. Mehr als zweihundert. The Dusch hat zweihundertundvier Wasserauslass-Nobbe. I have a dream. Mehr als zweihundertvier Auslass-Nobbe. Unglaublich, Bob. Aber da lassen wir uns hier von de Bob nix erzählen, liebe Fernseh-Zuschauern zu Hause. Ich werde de überprüfen. Ich lass mir hier net de Pebble-A-Pa. Da treiben wir mit de Zuschauer kein Schäber-Nack. Ich erzähl dir kein Pebble-A-Pa. Bob, zweihundertvier hast g'sagt. Fangen wir an. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Warte, so is bescheuert. Sonst kann ich mir net merken, was ich schon gezählt hab. Warte, ich fang einfach Reihe. Eins. Zwei. Drei. Vier. Drei. 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 Und weißt du warum? Aber, Bob, ich hab bevor du dir erklärst, hab ich eine Frage. Was für eine Frage hast du, Bob? Bob, sind wir mal ehrlich. Auf der Verpackung, warum ist da ein Foto von so einem Mann drauf? So ein älterer Mann. Bob, das ist der Stefan Raab. Bob, wer? Der Erfinder von der Dusche. Wer ist der? Der Stefan Raab hat der Dusche erfunden. Jeder kennt in Deutschland der Stefan Raab. Der Erfinder von der Eurovision Songkontakt. Der Stevie Raab. Der Stevie Raab. Der Erfinder von der Trauma. Und da muss man was sagen, der Dusch, da muss man wirklich mal ganz ehrlich sagen, der Dusch wird in Deutschland gefertigt. Der Fabrik steht in Deutschland. Deutsche Arbeitsplätze, der ist net wie bei den ganzen anderen Duschkopfern, wo in den Bangladesch von den Kleinstkinder zusammengeschraubt wird. Diese Dusche wird in Deutschland produziert und da sind wir auch wirklich stolz drauf und da kann man stolz drauf sein. Und wir in der USA, wir sind natürlich der Wissersie, wir sind richtige Patriotide, die weiß jeder. Und wenn ich der Deutscher wäre, dann würde ich jedes Mal, wenn ich Dusche, würde ich der Nationalhymne singen. For the land of the free and the home of the brave. Und in Deutschland natürlich der deutsche Nationalhymne singen. Ich liebe Deutsche Land. Ich liebe Deutsche. Bob, 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 Bob. Bob, Bob. Ah, mein Knie. Was ist los, Bob? Mein Knie knackt. Oh, ich hörte gerade, Bob. Hast du, hörme, kommme, kommme. Oh, Bob. Der Knie knackt. Der Knie knackt. Unmenschlich. Mein Knie knackt. Bob, Bob, Bob. Das ist mit meinem Knie. Bob, Bob, Diagnose, eckige Knie. Ich hab ein eckige Knie. Du hast eckige Knie? Und du hast extrem dünne Beine, Bob. Bob, Bob, da wusst ich jetzt nicht sagen. Wege der Dusche. Der Dusche hat die Form von der Beine und du kannst die muskulöse Beine trainieren mit der Dusche. Das stimuliert der Muskelwachstum. Ja. Unglaublich. Ja, stimmt. Deswegen hast du so wohl geformte, wunderschöne, gerade, muskulöse Beine. Der Feuchte werde ich gleich zu Hause ausprobieren von morgens bis abends beidseitig mit der Dusche mit der Beine. Gut, so, und jetzt kommen wir mal wieder noch zu einem Resümee. Ich glaube mal... Vielleicht interessieren die Leute sich bestimmt noch, wie der Drugwäschte eingebaut wird. Damit man überall in jeder Haushalt die gleiche Drug hat... Bob, Bob, los, los. Was ist los? Der Farbe Blau, der Farbe Blau ist in Begrance. Kannst du doch bitte zeigen? Der Farbe Blau ist Begrance. Der Farbe Blau ist Begrance. Der Farbe Blau ist Begrance. Der Farbe Blau ist Begrance von der Handtüche. Der Farbe Blau ist Begrance von der Handtüche. Der war mir klar, der war mir klar, dass der Blau sofort weg ist. Der Farbe Blau in Kombination mit der ist natürlich wunderschön. Aber bevor Sie weiter den Blau bestellen, versuchen Sie doch mal Rosa. Das sieht auch gut aus. Oder Blau und Rosa. Vielleicht zwei Dusche. Dann haben Sie zwei Handtücher auch dabei. Unglaublich. Wie gesagt, 2996. Bob, erklär doch mal diese wunderte Technik. Die wunderte Technik sorgt dafür, meine Damen und Herren, dass der Drug über immer gleich aus der Dusche kommt, meine Damen und Herren. Kommen Sie gerade mal mit. Unglaublich. Ich zeige Ihnen, wo der eingebaut wird. Steht natürlich auch in der Bedienungsanleitung von der Dusche mit dabei. Sie schrauben an der, Sie schrauben hier hinter, schrauben Sie den Schlauch ab, den Dusche hin, den Dusche. Und dann wird einfach der Drug wegstür. Der ist nicht so leicht. Doch, der ist leicht. Aber du weißt, wie ich meine. Sie wissen ja, wie ich meine. Und es geht ganz schnell. Da haben Sie immer den gleichen Drug. Und ich muss jetzt eine Sache sagen. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Duschkopf der Lieblingsduschkopf ist, eventuell von der Helene Fischer. Meinst du, Bob? Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass der von der Helene Fischer der Lieblingsduschkopf ist, wo sie zu Hause auch hat. Und dann steht der Helene Fischer unter der Dusche, eventuell. Vielleicht. Mit der Dusche. Könnte es sein. Mit der Dusche. Und das singt so dann. Und der Dusche itemlos durch die Nacht unglaublich wunderschön. Bis die Mütze wieder lacht. So wunderschön. Und Bob, Bob. Jetzt sind wir im Grunde durch. Ich kann noch einmal das Resumé auswendig vortragen. Komfortabel Dusche, ohne dass dabei die Haare nass würden. Mit dem Duschkopf und der Dusche von der Stevie Rap. Der Stevie Rap, der Erfinder von der ProSieben. Auf Schulterhöhe eingestellt. Schulterhöhe. Schulterhöhe, das ist wichtig. Gewährleistung. Das bringt natürlich nichts, wenn sie über die Schulterhöhe anbringen. Da ist ja klar, dass dann der Wasser auf die Haare nass wird. Aber es geht auch auf die Schulterhöhe eingestellt. Auch von vorne. Wow. Wenn die Bord nicht nass wird, so. Bob. Wir müssen zum Schluss kommen. Zum Schluss kommen. Gut. Dann, wie gesagt, ich war ja nur gerade beim Resumé. Die Zeit wird noch bleiben, wenn wir so ein phänomenales Produkt schon mal haben. Ich höre eine Stimme. Für das Land der Freien und das Haus der Freien. Bekaufen Sie den Dusch. Sie können das jetzt noch bestellen und natürlich selbst kommen. Was ist das für ein Stimme wieder? Bob. Bekaufen Sie den Dusch. Eine Sache wollte ich noch erklären. Dass man nämlich, wenn sie... Hallo. Tja, Bob and Bob bei QVC. Kann man doch davon was lernen? Meine... Ich meine, die sind ja so bekannt, ne? Die sind ja wirklich... In Amerika ist Bob and Bob ja... Warte mal kurz. Was ist das? Ne, mein Gott. Was ist das? Ich bin Amas grad nicht verabschiedet. Mach es ihr gut. Mach es ihr gut. Mir komme bald wieder aus Texas rübergeflogen. Vielen Dank bei der QVC. Auch hier bei euch auch. Mach's ihr gut. Danke. Danke für die Orme. Bye, Bye, Tschüss. Bye, Bye. Die war verrückt.